Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei, der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen! Und zu guter Letzt gibt es einen neuen Pinsel-Effekt-Filter in Motion. Dieser Filter kann dafür verwendet werden, um automatisch einen Verlauf oder eine einfarbige Kontur, um die Ränder eines gekieten, das heißt gestanzten Clips, einer Form oder eines Textobjekts zu erstellen. Also im Grunde genommen einen Umriss für alles, was einen Alpha-Kanal bzw. eine Transparenz hat. Hier habe ich ein einfaches Projekt mit zwei Personen, die einen Schlüssel vor einem Greenscreen übergeben, den ich für einen Kunden gedreht habe. Ich habe eine eigene LUT für eine kleine Farbkorrektur angewendet und natürlich den Keyer. Das Prinzip des Pinselstrichs ist recht einfach und ich denke insgesamt recht selbsterklärend. Wenn ich den Clip abspiele und ihn vielleicht irgendwo in der Mitte stoppe, muss ich es nur auswählen, in das Filtermenü gehen und hier unter der Kategorie Rahmen finden wir den neuen Pinselstrich, den ich durch einfaches Auswählen anwenden kann. Und sofort sehen wir die Auswirkungen. Ich bekomme eine dünne Linie um meine Motive in der Standardfarbe Rot. Im Informationsfenster unter Filter sehe ich alle verschiedenen Parameter die ich anpassen kann. Als allererstes kann ich über das Linienart Popup entscheiden, welche Art von Umrandung ich haben möchte. Um dies ein wenig besser sehen zu können, vergrößere ich einfach die Breite auf etwa 50 oder 60. Wenn ich nun zu Linienart zurückkehre und auf Verlauf stelle, können wir sehen, dass die ausgewählte Verlaufsfarbe von oben nach unten auf den Strich angewendet wird. Ich kann natürlich eine der vielen anderen Verlaufsvoreinstellungen auswählen oder sogar meinen eigenen definieren, wobei die klassischen Verlaufssteuerungselemente in der Canvas aktiv werden, mit denen ich Winkel und die Verteilung ändern kann. Mit den Positionseinstellungen kann ich entscheiden, ob der Strich außerhalb meines Alphas, daran entlang oder sogar innen verlaufen soll. Wenn ich dies auf Außen setze und dann den Versatzregler anpasse, sehen wir, dass sich der relative Abstand zum Rand ändert. So kann ich zum Beispiel den Umriss um mein Bild schweben lassen, wenn man so will. Der Schwellenwert entscheidet, inwieweit der Umriss dem Detail des Alpha-Kanals folgt. Also gewissermaßen eine Weichzeichnung. Ein sehr hoher Wert zum Beispiel macht das Ganze etwas kantiger. Mit den beiden Überblendungsreglern kann ich die innere und äußere Kante des Umrisses weichzeichnen, so wie die Überblendungsbreite und Nachlass verwenden, um das Aussehen meines Strichs weiter zu optimieren. Das Ausblenden der Quelle ist eine der interessanteren Optionen. Wenn man desaktiviert, wird die Quelle, also das Bild, ausgeblendet, womit wir nur noch den Strich sehen. Wenn ich also den Umriss zum Beispiel etwas dynamischer gestalten wollte, kann ich diese Ebene duplizieren, den Pinselstrich der unteren Ebene löschen oder deaktivieren und den Pinselstrich der oberen Ebene so einstellen, dass die Quelle ausgeblendet wird. Wende ich jetzt zum Beispiel einen Verzerrungsfilter auf die obere Ebene an, wie der Unterwasserfilter, passe die Einstellungen ein wenig an und wende dann vielleicht sogar noch einen Glitzerfilter an, um alles ein wenig hervorzuheben, bekomme ich damit einen schönen Effekt, der mich ein wenig an einen Musikvideo-Effekt im 80er-Jahresstil erinnert. Hat dir das ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke helfen magst, dass ich auch weiterhin solche Gratis-Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein riesen Dankeschön und ich hoffe euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wieder zu sehen, die YouTube-Mind ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund!